Herzlich willkommen zum nächsten Video-Tutorial zur 72-Stunden-Webseite. Diesmal soll es um den Download-Bereich gehen. Da das für Diözesanverbände und Koordinierungskreise im Grunde genau gleich ist, machen wir das Ganze heute mal in der Umgebung eines Koordinierungskreises. Wir fangen erstmal damit an, dass wir dafür eine neue Seite anlegen. Wenn ich einfach mal irgendwo hier reinpacke, nenne ich Material. Noch ist die Seite nicht aktiviert, das holen wir nach. Seite aktivieren. Als nächstes wechseln wir die Seiten. Ansichten fügen Inhalte hinzu. Als äußeres Element, weil wir hier bei einer Koordinierungskreisseite sind, eine Kokreisunterseite. Für Diözesanverbände wäre es eine DV-Musterseite. Das ist im Grunde das gleiche Prinzip. Die Überschrift wird nicht angezeigt, deswegen können wir die recht funktional benennen. Speichern und schließen. Als erstes füge ich meine Überschrift hinzu. Dafür nehme ich ein Textelement. Das kriegt das Überschriftformat 2. Speichern und schließen. Das nächste ist das eigentliche Interessante. Dann nehmen wir hier eine neue Downloadbox. Es ist wichtig, dass ihr auch wirklich dieses Element nehmt, nicht noch die andere Box, die irgendwo hier unten steht. Die Downloadbox groß. Die funktioniert auf DV und auf Kokreisseiten nicht, sondern wirklich die neue Downloadbox. Auch die Box, die ihr auf euren Verteilerseiten seht. Hier wäre es etwa auf dieser Test-Kokreisseite. Bei Diözesanverbänden gibt es auch eine entsprechende Seite. Die funktioniert auch nicht genauso gut wie diese neue Seite, sondern die wurde jetzt erst noch nachträglich hinzugefügt. Deswegen würde ich euch empfehlen, wirklich immer diese neue Downloadseite zu nehmen. Das hier oben sind quasi wieder die Angaben, die man ohnehin nicht sieht. Und dann hier unten kommt das Interessante an die Downloadliste. Zunächst brauchen wir mal noch Dateien. Die solltet ihr vorher hier unter Dateien hochladen. Ordner erstellt. Habt dann mal diese vier Ordner hochgeladen, die eben auch auf den Beispielseiten schon zu sehen sind. Geht ja auch nicht darum, was das ist, sondern nur, dass wir nämlich Dateien haben. Und bearbeiten das dann jetzt. Link hinzufügen. Scheinbar funktioniert das erst, wenn die anderen Angaben oben drüber ausgefüllt sind. Fange ich an, Logos. Und sinnvollerweise solltet ihr ein Bild dazu hochladen. Dann nehme ich jetzt aber auch mal diese vier Beispielbilder, die es eben auch schon dort auf der Webseite zu sehen gab. Ihr könnt da prinzipiell beliebige Bilder nehmen. Ich empfehle euch nur, wirklich auch für jede Datei ein Symbolfoto oder was auch immer ihr habt, dafür zu nehmen. Die Größe ist relativ egal, die wird auf 50x50 Pixel angepasst. Also Titel benennen, dann die Datei auswählen und speichern. So, dann haben wir das drin. Klicken jetzt hier unten auf Link. Dann öffnet sich hier ein neues Fenster. Datei. Dann klappen wir hier unseren Tesco-Kreis aus. Gehen in den Ordner Dateien. Und nehmen hier die Datei Logos. Und für die nächste Datei wieder hier neu hinzufügen. Stoppies. Wieder speichern. Und die Datei auswählen. Und jetzt mache ich einfach mal speichern und ansehen. Dann können wir uns das gleich mal angucken. So, dann haben wir jetzt hier unsere Seite mit den zwei Download-Dateien. Wenn ihr eben hier kein Bild hättet, dann würde das hier einfach frei bleiben und das Logo nach links rutschen. Würde also nicht so schön aussehen. Damit die Seiten also ein bisschen abwechslungsreich gestaltet sind. Wäre es wirklich gut, wenn ihr da jeweils für jede Datei auch irgendeine Art von Symbolfoto nehmt. Ja, die anderen Dateien brauchen wir jetzt glaube ich nicht hinzufügen. Ich denke das Prinzip ist klar geworden. Und das soll es dann auch schon für dieses Tutorial gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Video. ... ... ... ... Vielen Dank.